ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ghost of tsushima ich stehe mit meinem pferdchen auf der brücke es regnet sieht aber alles trotzdem hübsch aus jetzt treffen wir uns ja mal wieder mit luna juna juna easel jorikau jura 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 j�� jura dah jurn jura 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 so Das ist das, was ich? Mein Freund, der in der Zeit ist, ist er. Ich werde es nicht verletzen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hm. ...誰か来てくれ! 大変だ! 来るぞ! Ah! Da kommt er ja schon. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keinen Fall. Ich habe keinen Fall. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Schuss von einem Lied. Ich habe mich im Leben geschützt. Wenn ich mich im Unternehmen schaffe, dann würde ich mich. Ich würde auch nicht sagen, Antan herauskommen. Ich habe mich, was ich. Ich habe mich sehr kennengelernt. Ich habe mich daran gemacht, wenn ich mich so aufhören möchte. Ich bin noch einmal etwas langsamer. Nein, 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 nein... Ah. Technik Point. Charm of Rejuvenation. Uuuuh. Potential cool. Flowing Strikes. Flurry Strike. Okay. Hat hier schon wieder so stimmensvolle Geisterwald Vibes. Flowing Strikes. 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 Natürlich. SILENT DEATH 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 Hup, hup, hup. Ja, ich weiß nicht, ist der da unten das schon? Ja, ich weiß nicht. Moment. Reduces Enemies Detection Speed. Dann nehmen wir mal die Charms, haben wir ja auch. Ich kann auf jeden Fall nehmen. Reduces Enemies Detection Speed. Und noch mehr. Warte mal. Ich habe doch irgendwas explizit für Ghost Weapons auch. Ich hatte doch was für Ghost Weapons. Was ist Detection Speed? Advantage. Ach so, weil ich den hier schon habe. Okay. Ja, dann ist das jetzt hier schon die perfekte. War da nicht noch eins hier. Das ist jetzt weniger interessant natürlich im Moment, aber dass die auch weniger schnell nach einem suchen. Oder ohne das schneller aufgeben. Stop hunting you. Genau. Hidden Side. Dann die Ghost Damage Detection Speed nochmal. Und das Health. Ja. Ja, das passt jetzt dann schon. Oder habe ich noch einen zweiten großen, der das irgendwie favoured? Nochmal durchgehen. So. Bonus Damage schneiden. Return in Arrow. Killing Enemies. Killing Enemies. Das vielleicht noch am ehesten. Jetzt nicht für diese Mission insbesondere, aber kann ich hier den Shadow nochmal machen. Dann ist das jetzt insgesamt meine Schleichausrüstung. Ich sollte dann vielleicht auch andere Optik noch haben. Ich meine, das ist egal, aber grundlegend. Ist die schwarze dann vielleicht besser, ja. Ja, oder natürlich hier Moonlight Slayer. Ja, doch. Komplett weiß. Der Tod kommt dann halt wieder. Ja, das ist egal. Hm. Vielen Dank. Ich bin mir jetzt halt echt nicht sicher, ne? Warum steht da Passant? Das ist er schon. Na weil es auch hieß im Schlaf, deswegen dachte ich die Liegende und ach ist denn das, aber... Okay, okay, okay. Ich bin nur noch ein paar. Ich bin nur noch ein paar. Ich bin nur noch ein paar. Es ist nicht so, was ich? Ich habe einen Hörbuch! Ich habe einen Hörbuch! Ich habe einen Hörbuch! Oh, fuck it. Oh, fuck it. Hm. Also das da unten ist nur ein Stall. Oh, warte. Nein, Moment. Wenn ich jetzt den Charm schmeiße und er hebt ihn auf, dann stirbt er und dann ist die Mission gescheitert. Digga, was ist, was stimmt mit dir nicht? Ich muss jetzt dieses Grasbüschel hier untersuchen. Alter, what the fuck? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020